It's Elvis time liebe Leute! Wir freuen uns gemeinsam auf das große Startprogramm des Jahres 2022. Toni, wo spielen wir? Wann spielen wir? Thomas, für mich ist das wie das Neujahrskonzert. Immer am 1. Jänner schaue ich das Neujahrskonzert und am 7. oder 8. Jänner herum machen wir Elvis. Dieses Jahr freuen wir uns am 7. Jänner im Orpheum zu sein, am 8. Jänner im Wiener Metropol. Thomas, Elvis, da können wir glaube ich aus dem vollen schöpfen. Meine Güte, ich freue mich so, das ist mein großes Programm, unser großes Programm natürlich, aber wir wissen ja, was wir an den Elvis haben. Großartige Songs, ich kann nicht alle nennen, es sind einfach wunderbare Songs dabei. Und wieder ganz neue Lieder, die wir noch nie gespielt haben, eh klar. Also, wenn ihr Lust habt, Elvis, 7. oder 8. Jänner. Am 7. Jänner im Wiener Orpheum, am 8. Jänner im Wiener Metropol, dieses Mal, Achtung, wichtig, wegen der Sperrstunde, weil es ja ein bisschen vorverlegt wurde, haben wir gesagt, wir fangen einfach eine Stunde früher an. So schaut's aus. Eine Stunde früher. Sehen wir uns einfach früher an, wir sehen das positiv. Okay. 19 Uhr Beginnzeit im Orpheum und im Metropol. Yeah. Well, bless my soul. What's wrong with me? I meet you like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting white as a book. I'm in love with you. I'm Shaika. Uh-huh, 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 yeah, yeah, yeah.